Und du bist schneller als ich da. Ja, ganz sicher. Zum alten Tempel gehen und dort den Edensplitter holen. Für die Überfahrt ist alles arrangiert. Habt keine Sorge. Die Morrigan bleibt sicher in New York. Danke. Liam und ich brechen so gleich auf. Liam ist im Augenblick nicht abkömmlich. Chef und Crew warten. Gebt gut Acht, Jay. Edensplitter sind mächtige Redikte. Gut, gut. Ich muss sagen, die SSD macht sich doch bemerkbar. Mit der Schnelligkeit. Und hier stehe ich, ein Relikt zu suchen aus den Tagen vor Adam und Eva. Ha, seltsame Zeiten für wahr. Ich bin ein, was ich da. Benediktus est, Domine. Deus Universi, quia de tua largitate acceptimus vinum. Quo tibi offerimus fructum vitis et operis manum hominum. Ex quo nobis viet potus spiritualis. In nomine Patris Okay, ich würde sagen, wir müssen hier hoch. So ganz unauffällig während einer Andacht oder einer Messe. Okay, da hinten, da und da, gut, gut, ne, zack, zack, hey, die wackeln ja gar nicht, oh. Boah, bleibst du bloß oben. Ja. Interagieren. Gut, so komme ich da ran. Dich gehe ich auch hin. Zack. Jetzt fehlt noch, äh, der da oben. Pff, nein. Oh, der tat weh. Der tat wirklich weh. Mist. Wie komme ich jetzt da hoch? Also, ich muss wahrscheinlich hier schon weiter. Komme ich da hinten weiter? Oder. Boah, das ist doch leicht einfach. Schmack. So. Was? Das muss es sein. Die Vorläuferstätte. Was haben wir denn hier? Cool. Wird nicht so ein Vorläufer-Tempel. Äh, ne, das Artefakt kenne ich noch nicht. Glaube ich zumindest. What? Ich glaube, das war nicht so ganz so geil. Ne. Oh. Oh, shit. Was ist denn jetzt los? So, in einem Moment. Und im anderen Moment. Geht alles den Bach runter. Ey. Ey. Ach, cool. Die Sachen kennt man auch aus dem Assassin's Creed, äh, 3. Wo man durch so Feuchser durch kann. Ähm, ja. Weiter vorwärts gehen. Schön weiter. Oh. Ich halte unten weiter. Uh. Also. Wow. Das, äh... Glaube ich, wollte ich nicht so, ähm... Weiterlaufen. Weiterlaufen. Hoch mit dir und weiterlaufen. Schön weg hier. Es ist auch schön, dass das, äh, Erdbeben immer so nach und nach erst alles zerstört und nicht alles schon zerstört hat, während wir drauf vorbeigelaufen sind. Oh. Hey. Nein, nicht hier. Rein. Hahahaha. Ja, auch ein bisschen unrealistisch, ne? Naja. Was? Was? Was denn das für'n Scheiß? Ah, super. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ne, ich bin nicht am Anfang. Aber trotzdem, das war irgendwie... Sau komisch. Hier kommt das Haus. Kommt das Haus. Hier geh ich rein ins Schneider gegen den Stuhl. Ja, das ist klar. So. Hier weiter hier drüber. Ja. So. Hier gibt's einen Aufzug. Wow. Äh, ja. Äh, ja. ... Acht durch das Hau. ...ins Wasser. ... ... ... Wie konnte Gott ihnen das nur antun? Gott hat nichts damit zu tun. Jo. So, wo ist das Artefakt jetzt hin? Das ist die nächste Frage. Haiti, es passierte in Portugal. Ein riesiges Erdbeben. Tausende Tode. Dank eures verdammten Manuskriptes. Das kann nicht sein. Chey, kein Mensch kann Erdbeben auslösen. Ein Mensch. Mit diesen Maschinen der Vorläufer kann es doch. Ihr kennt die Schatulle, Hope. Der Tempel war zum Bersten voll mit dieser Art von Kraft. Ihr habt mich unbündiger Morden lassen. Wie kennt ihr nur? Ihr verteidigt ihn? Achilles sandte mich dorthin, wie Makondal seinen Mann nach Haiti. Was ist denn hier los? Hört sofort auf! Die Operation war heikel, aber vielleicht... Ihr bringt die Welt aus den Fugen. Was macht ihr euch an Städte untergehen zu lassen? Schafft ihn hier raus. Oh. Ja. Liam ist ein Narr, wenn er glaubt, ich beließe es dabei. Achilles ist nicht zu trauen. Er darf den Vorläufer-Tempel nie finden. Mir egal, ob er Mentor oder seine Familie tot ist. Für diesen Wahnsinn gibt es keine Entschuldigung. Was ist denn jetzt los? Aber... Ich habe gesehen, ich kann irgendwas anfertigen. Irgendwas konnte ich... Da. Sonst nichts. Gut. Es gibt nur eins zu tun. Wie eins? Es gibt eins zu tun. Das ist jetzt... Irgendwie... Ziemlich beunruhigend. Super. Es gibt kein Zurück mehr. Ich hatte so Großes mit euch vor, Shay. Achilles. Ich muss das tun. Und was genau müsst ihr tun, Shay? Eure Brüder bestehlen? Und mich betrügen? Jemand muss dafür bezahlen. Dafür bezahlen? Ihr habt keine Ahnung, was ihr tut. Die Zukunft des ganzen Kontinents, vielleicht der ganzen Welt, liegt in diesem Manuskript. Vielleicht. Aber wir haben nicht das Recht, über die Zukunft zu entscheiden. Das Recht? Wir haben die Verantwortung. Wir sind verantwortlich für den Tod von Unschuldigen und zerstörten Städte. Diese verrückte Gier nach Macht. Das endet jetzt. Ich lasse euch nicht zerstören, was wir erbauten. Bhald, Scheiße. Ey. Das war nicht so cool. Ihr stört unsere Pläne nicht. Hab ich euch nichts gelehrt? Stop. Let's have a worse, children. Lass die Vernunft sprechen, Shay. Aua. Ähm. Nein. Nein. Ey. Ich wollte doch... Hier. Wieder. Nein. Wieder. Na toll. Ich wollte doch Bomben werfen. Ich bin so scheiße. Ach so. Immerhin. Seid ihr von Sinnen? So. Weg hier. Stop. Oh. Oh shit. Oh shit. Ich könnte dich nicht mehr sehen. Gott. Wie konnte ich ein schön? Oh shit. Ich muss noch viel schneller laufen. Oh shit. Ich werde hier schön entkommen. Kann nicht. Ich werde das nicht mehr zulassen. All die armen Seelen. Was zählt da einem mehr? Jay!